und wieder mal es ist wieder Zeit für Tales from the Borderlands ja wir machen gleich weiter mit der aktuellen Episode ja es ging im letzten Part ja wieder ziemlich rund wir haben eine ganze Menge erfahren und sollten jetzt demnächst Hans und Jack etwas mehr vertrauen Sachen Entscheidungen oh naja gucken wir mal wie es jetzt weiter geht ach ja stimmt es ja nur in Klamotten ach ja stimmt es ja nur in Klamotten ich meine when I first saw you guys I thought wow no wonder Hyperion isn't what it used to be I guess you're not so bad yourself thanks you know when I first saw you at the deal with uh Nose Ring Boy I thought uh these two don't know what the hell they're doing you weren't wrong about that I wonder what he's up to now who August who cares probably getting chewed out by his mom yeah she did look pretty pissed yeah she did August was a mark nothing more nothing less oh nothing less I don't know why I said that part felt like I was supposed to you spend a certain amount of time with someone you get to see a side of them you might not have been expecting right so what you're saying is he was really into guns exactly wow that's the coolance it's just so romantic what was that what was that I didn't say what'd you just what'd you just say I said I said I said romantic yeah that that's what I thought you said am I wrong no you're not wrong look at this place it's just a weird thing to say weird is a bit harsh me depends on how you can look at yeah let's go check out is that a thing maybe we should yep this is the this is the thing I was pointing at okay we are pretty high you have a problem with heights sometimes just most mostly when I look down haha well then don't look down don't be scared I won't let you fall okay come on I believe in you Reese scared I don't I'm not scared okay good this is easy mode right here sister cause I could jump like I don't know a million times further than that cool well let's just start with this yeah I was I'm not scared yeah you've made that clear okay go time okay yeah that was totally not scary if you thought that was scary you should try let's I I I oh hope you brought some bug spray don't look down okay don't look down and don't puke on me no promises all right just stay calm you've got to climb up oh arm stronger than big arm you're doing great going faster I'm going as fast as I can I'm going to go hold tight just hold on okay I'm going to take a little longer done losing strength Reese I'm letting go there's no way you're getting up that with me hanging on you no no Sasha I won't let you go you have to trust me don't get us out of this it's okay Sasha Sasha no wow we are really close to the ground aren't we you sure know how to make things matter oh my god to be fair you you did tell me not to look down well you can drop down now yep okay okay you can get down now okay you can get down now okay you can get down now you can get down now and for the record I didn't love to fall oh we made it oh really trolled you see I thought you were sacrificing yourself so I could survive yeah no I uh I wouldn't do that nor would I expect you to hence the whole screaming wetting myself bit I didn't actually wet myself just more of a hyperbole so right the turret controls we need to get to are back up there guess we'll take the scenic route tja da hat mich das Spiel wohl grad richtig getrollt aber ja ich fand's sehr komisch oh it's just trees oh come on you can't tell me you're not amazed by this too how jaded are you beautiful vistas and tremendous violence often go hand in hand out here I say this is someone who has been inside the moon come on yeah yeah also die beste launa hat's auch nicht gerade hm hm erinnert mich ein bisschen an pain aus final fantasy hatte die nicht auch meistens irgendwie schlechte laune oder so beziehungsweise waren die nicht auch launisch oder so du kannst gut ihre schwester sein du hast das war übrigens grad ne menge money die ist auch ne menge zeugs unten vor allem das vorhin lol so wie es sein soll 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 da ist was drin wow das ist äh das ist eine große früte ich glaube nicht, dass von das ausführen könnte aus dem was ich gesehen habe er hat das und alles das rest bevor wir unsere schäufe was ist das was ist das was ist das was ist das das ist eine opportunity was hast du packt dieser kleine schlaufe hier du musst mehr ja wer auf jemand los die da die der der du das du Was ist das? Obviamente, es ist ein Blut. Ich meine, warum hast du es so gesehen? Nichts. Es ist nur ein Blut. Es ist dein Glück. Jeder hat ein Blut mit ihrem Namen auf dem. Wenn du Glück hast, der du da hast ist dein. Also, du hast es nahe. Du hast es nicht wieder zurückgebracht. Also, so angepisst sie auch wirkt. Irgendwo ist sie auch cool. Und irgendwo hat sie auch recht. Blau? Blitz, denke ich mal. Es wird dich verletzt. Du solltest etwas machen. Ja, aber was ist das Blut hat mich gerade jetzt? Es hat nicht. Und wenn du ein Blut-Hunter proper hast, kleine Annotationen wie das werden immer noch nicht verletzt. Immer wieder. Du siehst mich immer wieder als Vault-Hunter, aber ich bin nicht so wie du. Ich kann nicht ein Schild oder nicht sein. Mein 1er Talent betrifft die Leute zu sprechen, bis sie sich getrennt werden. Wir können nicht alle unsere Talenten wählen, Fiona. Schau mal an mich. Du denkst, dass ich eine Schild, um mich zu retten, um mich zu retten? Ich habe gelernt, um zu machen. Du hast deine ganze Leben über deine Schilder gedacht. Mach das jetzt. Sieh die Ergebnisse, bevor du reagierst. Man kann ja mega lernen von ihr. Das war nicht so schwer, war es? Wo hat die jetzt mit sich die fucking Klinge hier? Du denkst so? Hm. Fiona, die Vault-Hunter. Ich mag es ziemlich. Komm schon, je schneller wir können, Gordys, je schneller wir können. Oh, das Ding ist eigentlich ziemlich süß. Ich meine, für Pandora. Ja. Ja. Stimmt. Irgendwo sind die Dinger auch niedlich. Diese fliegenden Quallen oder so. Ja. 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 In der Zeit, du fühlst dich so, wie du hast du alles gesehen hast. Du kannst nicht mehr überrascht werden. Okay, also, ich werde das auf deine Hände legen. Und bitte nicht mich schrauben. Okay... Und da geht's. Oh, danke. Wie schaue ich? Wups! Was ist das denn? Was scheint sie aufzuscheuchen? Oh oh... Das ist schlecht, richtig? Uh... Reese? Es gibt keine Macht. W-w-warte! Ich denke, ich kann es kurz anfangen. Oh, gut. Das ist langweil. Ich auch. Huh. Das ist lustig. Da. Das ist da. Oh, das ist das. 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 Ich glaub, Reese ist das zu tun. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Strom. Okay, dann ist es wohl... Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich glaube... Ja, stimmt ja. Säure war ja gegen diese Maschinenteile effektiv. Das hab ich jetzt ganz vergessen. Ja, ich kenn mich noch nicht ganz so aus mit den Effektiven zwischen... ...den Schwächen zwischen manchen Sachen. Und Säure war halt... Ja... ...gegen Maschinen-Dinger. Das war meine Freundin, Springs. Sie... ... weiß nicht, warum ich immer die Valt-Hundung und die Erinnerung und alles mache. Es ist nicht, dass ich mit ihr lieben will. Vielleicht solltest du ihr nur die Wahrheit erzählen. Lass uns einfach weitergehen. Stimmt, man soll schon bei der Wahrheit bleiben. Oh! Oh, das ist es. Ich habe das. Ist es ein Gesicht? Ja. Warum du ein Gesicht hast in deinem Bezug? Ich dachte, es könnte es in dir kommen. Willkommen. General Pollux. General Pollux. Sie? Es kam in dir. Andy, das ist so wierd. Du schaffst das herum ist das wierdeste Sache, die ich nie gesehen habe. Und ich habe viel gesehen. Es ist nicht so. Oh mein Gott, ja, 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 es ist. Das heisst wohl geh voran. Das ist wierd. Ja, eine gute Treppe. Lass es holen und gehen. Das ist auch gleich. Das ist viel zu einfach. Ich wusste, ich wusste, ich wusste. Das ist alles okay? Ich verstehe, ich verstehe. Halt die Turren. Kannst du hören, Lise? Läge voll nur nicht so einfach ab. Das verdammte Ding, das ich nicht sehen kann. Oh, wow. Okay. Oh, oh. Okay. Das sollte einfach sein. Ich muss die Kürze für die Sicherheit. Und das wird es abhängen? Ja, das ist ein Plan. Es ist ein bisschen wie die Stränge. Du siehst du auf einen und siehst du was passiert. Okay. Rhys, was du machst? Ich werde besser. Was ist das? Was machst du genau? Ich versuche es, um die Sicherheit zu machen. Okay, was ist das? Ich muss einfach über diese Dinge überprüfen. Und sie sind nicht überprüfen. Und es ist schwer. Okay. Okay. Hast du das Symbol auf der rechten Seite des Schraens? Das ist, was ich für mich suchen. Ich sehe nichts. Oh, genau. Rhys? Ja, das ist... das ist kein Prozess. Das ist mein Bedürfnis. Okay. Dann kann es ja bloß noch das sein. Dann kann es ja bloß noch das sein. Are you done doing your thing yet? You see me working right? I'm as fast as I can. There we go. Oh crap. Sasha, look at this. He's an... Atlas scientist? Oh, this is not good. Der Typ ist ein Atlas Wissenschaftler. Alles klar. Das erklärt einfach alles. Wow. Of course. Das war jetzt, glaube ich, kein Tod. Das gehört zur Story dazu. I got it. The warrior's shield with the gun, so it ricochets and destroys them all. And what happens to us, if there's no shield? To stop the turret fire! Oh, right. I got it. Hey, 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 hey. Heh. Ja, damit... Du wirst ständig riskieren in deinem Leben, versuchen zu finden, was drin ist. Ja, es ist. Und ich vermisse es. Ich weiß, dass ich eine Verpflichtung zu Janiee gemacht habe, aber... ... der Trill... ... es ist nichts wie es. Komm, wir holen das Ding zurück, damit es möglich ist... ... was immer es ist. Das ist das, was du recherchiert hast? Ja. Oh Mann... Okay, was sind die Wahrheit, dass du das Stück findest? ... wie wie Fiona die Geschichte erzählt hat? Just lucky, ich glaube. Natürlich. Lucky. Uh-huh. Was willst du mit dem Ding, was? Clearly, du kennst, was passiert. Wenn ich alles wusste, dann würde ich hier nicht sein. Ich sage, dass ich hier nicht hätte... Ja, wir verstehen. Oh, du hast es geschafft! Ha, großartig! Du hast zurückgebracht. Und mit dem Gordes Upgrade, nicht mehr. Hüzzah! Ich denke, dass du auf deinem Weg bist. Dann hat es keinen Punkt in eine krabbe, rundown Facilität wie diese. Die Zeit muss sein, nicht wahr? Und du musst auf den nächsten Teil des Spiels. Ja, wir wissen mittlerweile schon, wer du bist. Wir wissen mittlerweile schon, wer du bist. Oh-oh. 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 Ich wusste, dass dieser Tag dann irgendwann kommen würde. Ha, ha, ha. Du hast wirklich Zeit genommen. So, wer bist du, wirklich? Cassius. Dr. Cassius Leckleman. Ich bin diese Facilität. So, wie ich weiß, bin ich der letzte Teil des Atlus im Job auf Pandora. Und du bist der letzte Teil zu sterben. Warte! Warum machst du das? Weil... Weil... Weil Atlus... Ich schraubte mich in zu töten meine eigene Freundin. Okay? Was wir tun? Was wir tun? Was passiert mit dir? Ich schraubte alles auf den Boden. Die einzige Sache, die mich aus dem tun hat, war zu fokussieren meine Angst. Für die Welt von Atlus. Für die Freundin meine Freundin. Und das ist deshalb, dass ich sie töten. Athena Stark! Ich kann es nicht. Du verstehst nicht. Ich habe einen Wunsch gemacht. Du hast das nicht mit ihr gemacht. Du hast es mit dir gemacht. Und du schaffst, als ob es keine Wahl gibt. Du musst das nicht tun. Ich bin sorry. Aber was passiert mit dir? Das ist tatsächlich keine Lösung, den jetzt abzuschlachten. Deswegen... Danke. Das wäre nämlich auch nicht gerade besser. Oh! Was war das denn? Athena! Oh! 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 Oh, shit! Ja Leute! Und darum würde ich sagen, das war's für diesen Part von Tales from the Borderlands. Ja, wir sind geschnappt worden. Und jetzt dürfen wir uns wieder mit der komischen Oma da rumschlagen beim nächsten Mal. Wir haben eine Menge erfahren. Alles dabei gewesen. Romantic Action. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.